Und was ich da vielleicht noch hinzufügen würde, was natürlich zu dieser kognitiven Leistung auch dazu kommt, ist, dass ja der Mensch bekanntlich nicht multitasken kann. Das heißt, man kann nur, um das vielleicht einfacher zu sagen, man kann nicht multitasken, man kann nur zwischen Aufgaben im Gehirn wechseln. Und da geht natürlich viel sozusagen Rechnerleistung, wenn man das so sagen möchte, oder Arbeitsleistung geht halt verloren. Und das ist eben das Schöne an so einem Deep Work Setting, weil ich dann eben auch mit meiner Mindfulness, mit meiner kognitiven Energie nur auf eine Task mal runtergehe. Und was ich ganz interessant finde, weil du jetzt gesagt hast, dass man das nicht unbedingt auf diese, weiß nicht, was Ken Newport auch immer wieder sagt, auf zwei oder drei Stunden irgendwie ausweiten muss, dass er jeden Tag hat seine Deep Work Sessions, sondern wie du gesagt hast, halbe Stunde ist ja genauso gut. Also nimm einfach mal 30 Minuten für eine Task und mach 30 Minuten nur diese eine Task. Also das sollte genauso Wunder bewirken wie drei Stunden. Also ich würde das gar nicht irgendwie so bewerten und sagen, das Längere ist besser.